Hallo und herzlich willkommen zurück zu Episode Nummer 3 von Tropico 4. Diese Episode ist heute für Sascha 8a. Er hatte sich unter anderem auch gewünscht, dass wir mehr Episoden machen von diesem Spiel und das tun wir hier mit. Deswegen widme ich diese Episode heute Sascha 8a. Und wie ich das gerade sehe, geht es uns nicht gut. Wir haben kein Geld. Wir haben schlechte Relationen mit dem Ausland. Ausland, dadurch, dass wir Staatsschulden haben. Und jetzt habe ich auch gerade gesehen, dass aufgrund des schlechten Gesundheitssystems schon vier Leute gestorben sind. Das heißt, wir sind jetzt minus drei. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen von dem Geld, das wir noch nicht haben, dass wir in der Zukunft kriegen, auf jeden Fall mal ein Krankenhaus dazu bauen oder sowas. Denn ansonsten sind wir ja ziemlich gefuckt. Dann kommen wir nicht mehr weit. Das ist aber meiner Erfahrung nach ziemlich typisch. Das passiert mir auf jeden Fall relativ häufig, dass ich am Anfang immer erst Schulden machen muss, bevor ich irgendwie mit dem Arsch an die Wand komme in Tropical Fear. Deswegen mache ich mir da gerade überhaupt gar keine Sorgen, sondern ich freue mich so ein bisschen drüber, dass wir unserem Ziel, der Arschloch-Diktatur, so ein bisschen näher gekommen sind. Ich muss leider zugeben, dass ich immer noch nicht weiß, wie unsere Insel heißt. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo hier nachlesen kann. Ich gucke mal eben so ein bisschen hier rum. Listen. Unglücklich. Zufrieden. Was auch immer. Glück. Das ist euch gar nicht gegönnt hier auf dieser Insel. Ich weiß gar nicht, was ihr hier für Erwartungen habt. Das steht ja irgendwo nicht. Ja, dann ist das jetzt einfach die Pupsinsel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie das heißt. Irgendwas mit Della Luna oder so. Unser Arsenal allerdings ist immer noch nicht fertig. Deswegen drehe ich da mal ein bisschen die Priorität hoch. Touristen sind auf jeden Fall im Land. Wir haben zehn Touristen auf der Insel. Die werden jetzt schön Geld hier hoffentlich bringen und ausgeben. Wunderbar. Das heißt, das läuft schon mal. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass die Leute sich so ein bisschen hier fortpflanzen. Und dafür gibt es einen wunderschönen Alas, den wir dann hoffentlich mit der Kirche dann bekommen werden. Ich bin mir nicht sicher, was ich dafür brauche. War das Bildung? Nee. Da gibt es irgendwo einen Alas. Moment, 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 Moment. Weg. Weg, weg. Inneres. Verhütungsverbot. Verhütungsverbot. Das werden wir dann nachher gleich mal erlassen. Das finde ich ist interessant. Ich hoffe, dass wir dadurch ein bisschen mehr Bewohner hier kriegen. Dafür brauche ich einen inneren Minister. Der ist unterwegs. Der kommt aus dem Ausland. Der wird hoffentlich demnächst einmal ankommen. Und sobald er da ist, werden wir dieses Gebot da mal erlassen. Oho, und dann, liebe Freunde. Dann ist hier was los. Ist gerade schon wieder jemand gestorben, habe ich gesehen. Ja, es läuft halt gut, ne? Ich weiß nicht, kann ich denn ohne Geld eine Klinik bauen? Ja, kann ich. Dann mache ich das nochmal. Die müssen wir irgendwo zentral bauen, damit die Leute doch alle hinpilgern können und sagen können, Herr Doktor, Herr Doktor, mein Finger tut weh. Am besten hier gleich neben das Präsidentenmuseum. Das ist schön zentral. Ich kann es ja dann nicht sofort bauen, weil ich dafür einfach kein Geld habe. Ja, wir hoffen mal, dass wir gleich wieder so eine kleine indirekte Finanzspritze aus dem Ausland kriegen. Das hilft nämlich immer sehr gut. Und dann könnte ich hier so ein bisschen was machen. Nein! Teofilo Fernandes ist ein Rebell geworden. Das fängt ja schon mal gut an. Ich kann aber nicht sagen, dass ich überrascht bin, weil es ja schon ein bisschen Absicht auch ist. Lasst die Leute mal rebellieren. Die werden wir alle nachher erschießen lassen. Von daher, wir sind da mal auf der sicheren Seite. Ich bin unzufrieden und will meiner Stimme Gehör verschaffen. Hast du was? Gut. Lass mal mal erzählen da. Was wir jetzt mal gucken können. Bevölkerung ist wo. Wo, 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 wo. Job. Wo ist der Terrorist? Oder der Dingesmoments. Rebell. Ist ja gar nicht hier aufgelistet. Schade. So, wie sieht's denn aus mit Money Money hier? Könnt ihr euch mal ein bisschen was reinkommen? Was ist denn hier los? Wir nehmen irgendwie gar nichts mehr ein. Die Landwirtschaft ist komplett leer. Das ist ja eigenartig. Wir haben weniger Leute. Wir nehmen dafür gut mit Tourismus ein. Das ist schon mal gut. Und wir warten mal so ein bisschen auf die Entwicklungshilfe. Da sind wir auf jeden Fall wieder im Plus, im Positiven. Könnte sein, dass dann auch endlich mal der innere Minister kommt. Das heißt, wir können mehr Leute produzieren lassen. Mit unserem Verhütungsverbot Erlass. Und wenn wir mehr Personal haben, mehr Leute hier haben. Das heißt, wir können dann auch mehr Jobs erfüllen und mehr Geld verdienen dadurch. Das ist so ein kleiner, lustiger Kreislauf. Und ja, den haben wir momentan natürlich überhaupt nicht unter Kontrolle. Das liegt halt daran, dass wir relativ schlecht, eine relativ schlechte Führungskraft momentan haben. Das wird sich hoffentlich aber ein bisschen noch ausbalancieren. Wir werden mal sehen, wie es läuft. Das kommt nachher alles schön zusammen. Wir haben momentan die einzelnen Punkte angefangen aufzubauen. Und jetzt müssen wir so ein bisschen Geduld haben. Siehst du? Jetzt müssen wir so ein bisschen Geduld haben, dass wir die Zeit bis dahin überleben. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Minister. Demetrio Perez. Oh, der ist 18 Jahre alt. Der wird wissen, wo es lang geht. Auswärtige Amt. Die ist 19 Jahre alt und Verteidigung 22. Wir haben einen sehr, sehr jungen Ministerrat hier. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Geld dazu. Sehr schön. Können wir auf jeden Fall mal einen Erlass erlassen. Inneres. Verhütungsverbot. Wie es geschrieben steht, seid fruchtbar und mehret euch. Das Verhütungsgebot ermutigt tropikanische Paare, mehr Kinder aufzuziehen, als Gott und die Natur für sie vorgesehen hatten. Dies wird das Ansehen bei der religiösen Fraktion leicht erhöhen, während die Intellektuellen entschieden dagegen sind. Bam. Macht Kinder. Macht Kinder, liebe Einwohner. Macht Kinder. Wir brauchen mehr Arbeiter. Wir brauchen mehr Leute, die für uns Geld verdienen. Ich freue mich. Funktioniert das schon irgendwie? Werter Präsidente, wissen Sie, dass Ihr Berater Penultimo nicht nur einen, sondern gleich fünf Rechtschreibfehler in seinem Namen hat? Tropico sollte endlich eine Oberschule erhalten. Das sagt die Frau mit dem interessanten Namen. Ja, okay. Und vor allen Dingen mit der sehr dominanten Stirn. Was hat die denn für einen großen Wasserkopf, sag mal. Geschweige denn von der Mundpartie, die auch recht groß ist im Vergleich zum Rest des Gesichtes. Also, Sie brauchen qualifizierte Arbeiter, wenn Sie moderne Gebäude errichten wollen. Arbeiter aus dem Ausland sind zu teuer. Daher sollten Sie eine Oberschule, in eine Oberschule investieren. In einigen Jahren erwachsen Ihnen daraus große Vorteile. Was sagt sie? Wir brauchen qualifizierte Arbeiter, um moderne Gebäude errichten zu können. Wie, was moderne? Wer möchte denn moderne Gebäude haben? Finanzkrise, der Handelspreis von Gold erhöht sich um 50%. Alter, Verwalter, so viele Nachrichten. Wir haben Finanzhilfe wiederbekommen und ein Schiff hat exportiert. Ich sag ja, da kommt dann am Ende schon alles zusammen. Immer mit der Ruhe, bloß kein Stress in dem Spiel. Wie sieht es hier aus? Oh, hier, Alter. General Ernesto ist schon gut bei der Sache, genauso wie Melchior. Das ist auch ein Name, vor dem ich Respekt hätte. Also wenn ich jetzt so ein General, 25 Jahre alt, mit dicker Brust vor mir stehen hätte und der würde Melchior heißen, da würde ich erst mal lachen. Würde ich in die Knie gehen und mich totlachen. Wir müssen, glaube ich, hier mal ein bisschen die Wohnpreise runterdrehen. Sonst wohnt da nämlich keiner drin. Und das ist ein bisschen schlecht, weil dann verdienen wir kein Geld. Lieber verdiene ich ein bisschen Geld als gar keins. Das ist jetzt spontan mal so meine Meinung. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld zum Ausgeben. Es ist die Frage, inwiefern sich das lohnt. Es hat sich auf jeden Fall schon mal nicht gelohnt, dass wir hier ein Verhütungsverbot eingegeben haben. Im Gegenteil, die Leute sterben. Was ich mal mache ist, ich werde mal... Ach so, ich dachte, das ist gleich fertig. Ich hätte es uns jetzt schnell gebaut für 3000, da das aber sowieso fast fertig ist. Und zwar jetzt irgendwann gleich. Zack. Hauen wir da auf jeden Fall schon mal eine Klinik. Wir sehen, dass die Leute, die arbeiten nicht mehr. Und wir haben nämlich keine Leute mehr zum Arbeiten da. Und ich kann mir nicht nur Leute aus dem Ausland holen. Das ist nicht so gut. Könnte ich theoretisch machen, das mache ich jetzt aber noch nicht. Sondern wir warten mal so ein bisschen ab, dass sich das Ganze von alleine ein bisschen beruhigt. Wir können mal gucken, warum die Leute noch unglücklich sind. Und Religion kümmern wir uns gerade drum. Die Unterhaltung wird hoffentlich auch bald besser werden. Wohnqualität. Freiheit. So weit gibt es hier nicht. Freiheit ist was für Loser. Was können wir denn noch machen? Umwelt, ja. Wir können die einzelnen Fraktionen versuchen, so ein bisschen zu ruhig zu stimmen. Ja, an den religiösen arbeite ich. Was kann ich denn mit den Intellektuellen noch machen? Ich kann ein paar mehr Schulen bauen. Okay. Das ist vielleicht nicht die dümmste aller Ideen. Die Oberschule. Die können wir da noch mal hinbauen. Ich könnte die auch auf Religion ausrichten. Das machen wir mal. Wir machen mal eine religiöse Oberschule. Dann können wir die Fraktionen noch so ein bisschen ruhig stimmen. Uh, war die teuer gewesen? Wie teuer war die denn? Ich habe gar nicht geguckt. Ich kaufe immer einfach nur 8000. Alter Verwalter. Na, hatte ich ja offensichtlich das Geld. Ähm, jawohl, ja. So, wo ist denn unser Kollege? Was ist denn jetzt? Der ist wieder da in seinem Museum. Der steht wirklich total auf sein kleines Museum. Kann ich nachvollziehen, was ist denn das hier eigentlich? Ich check das nicht, was das hier ist. Soll das Müll darstellen? Eventuell ist es dann doch ratsam, dass man sich doch eine Müllstation hinstellt. Ähm, das Problem, was ich jetzt gerade vor mir habe, ist ja, ich möchte ja nicht allzu nett zu meinen Leuten hier sein. Ich möchte denen nicht allzu viel Freiheit bieten. Ich möchte denen nicht zu viel Luxus bieten. Aber so ein paar Sachen müssen wir, glaube ich, sollen doch anbieten. Aus dem einfachen Grund, weil es sonst nicht vorwärts geht. Im Gegenteil, es geht dann nachher nur rückwärts. Deswegen, so ein paar Grundsteine brauchen wir hier schon. Bildung ist unter anderem wichtig. Wohnraum ist wichtig. Und, äh, Essen natürlich. Und offensichtlich auch Müll. Wenn das da Müll ist. Ich kann das gerade überhaupt nicht einordnen. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Das sind irgendwelche, äh, wie heißen die Dinger? Schubkarren. Das muss wehtun. Au, au, au. Einfach da durchzulaufen. Das könnte tatsächlich, alter, Müll sein. Weil hier auch so ein Zeug rumliegt. Da liegen Flaschen rum, da liegt Karton rum. Das ist, glaube ich, Müll. Und bevor wir hier am eigenen Müll ersticken, sollten wir vielleicht auf eine Mülldeponie hinsparen. Die kostet wie viel? 5000. Die machen wir dann schön zentral hier mittendrin rein. Weil das zum einen sehr schön aussieht. Zum anderen, ähm, wahrscheinlich auch sehr effizient und praktisch ist. Mann, wie hier auch keiner arbeitet. Wo sind denn jetzt die Lehrer schon wieder hin? Alles faule Säcke. Hier wird ordentlich gesoffen. Das ist das Einzige, was die Leute auf der Insel noch hinkriegen. Eintrittsgeld für Touristen machen wir mal ein bisschen hoch. Ein bisschen höher. Die kommen sowieso her, weil das so schön auf unserer Insel ist. Gut, gut, gut. Das läuft, die Touristen, die kommen. Jetzt müssen wir noch dazu sorgen, dass wir die einzelnen Leute, äh, die Einwohner noch so ein bisschen glücklich stellen können. Das hier ist unsere Klinik, durch die ich gerade durchgezoomt bin. Die müsste sehr hochfrequentiert sein. Ich seh da schon. Da kommen ordentlich neue Leute dazu. Die sind nämlich alle krank auf unserer Insel. Wir haben aber auch zwei Ärzte. Was? Melchior, der war doch gerade noch Soldat. Und Ernesto. Ja, der war Soldat. 47% Berufserfahrung und ist jetzt der Meinung, er ist Arzt, okay? Tja, die Anzahl der Rebellen auf Tropico steigt ständig. Wir sollten geeignete Maßnahmen ergreifen. Ein zufriedenes Volk wäre weniger den Rebellen zugeneigt. Wir können aber auch jederzeit weitere Soldaten und Generäle rekrutieren, um einen Aufstand... ...und einen Aufstand niederwerfen. Sir. Bin ich der Meinung, der würde es doch so regeln, oder? Zufriedenes Volk? Okay, wir haben zwei Rebellen. Zwei Rebellen ist natürlich fast schon ein bisschen zu viel. Würde ich dir gerne mal angucken, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die finde. Religiöse. Äh, Kapitalistische. Kassen, Herkunft, Bildung, Ansehen, Zufriedenheit. Die sind wahrscheinlich sehr unzufrieden, unglücklich. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Das ist auf jeden Fall keine Möglichkeit, die so zu finden. Ist ja eigentlich auch Bockwurst. Ist auch sowas von egal. Worauf wir uns jetzt konzentrieren müssen. Ich sollte eventuell immer noch irgendwo so eine Mine hinbauen. Und das mit dem Export funktioniert ganz gut. Das heißt, wir brauchen noch so ein bisschen mehr Geld. Das Schöne an der Sache ist, wenn wir Rohstoffe abbauen, wenn wir die farmen, dann sind die Ökologen hier so ein bisschen unzufrieden. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Am besten ist, wir bauen hier mal noch so eine Farm hin. Und zwar nochmal für Eisen. Eisen scheint ganz gut zu laufen. Gold, habe ich gesehen, ist um 50% jetzt erhöht. Allerdings wird das nicht Ewigkeiten so bleiben. Alter, wieso ist denn die Kirche noch nicht fertig? Kann niemand bitte jemand fertig bauen? Und ich möchte, dass da jetzt sofort Kirche ist. Gibt's doch nicht. Die bauen alles Mögliche, aber nicht die Kirche. Idioten. Man muss, wenn man dann irgendwann noch anfängt, mehr zu bauen, darauf achten, dass man mehr von diesen Baubüros baut. Dann hat man nämlich mehr Arbeiter, die sich um die einzelnen Baustellen kümmern können. Wie wir sehen, haben wir jetzt nur noch drei, die hier arbeiten. Das ist ziemlich wenig. Kein Wunder, dass hier nichts vorwärts geht. Wir haben Personalmangel und zwar richtig ordentlich. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Doch, ich weiß es eigentlich schon, aber wir tun mal so, als ob wir es nicht wissen. Und wir bauen einfach mal. Wir machen das so, wie wir uns das denken. Wir sehen, wir sind noch relativ klein hier. Das kann alles noch viel größer werden. Aber es mangelt momentan an Geld. Und das möchte ich natürlich irgendwie lösen. Oh, wir haben eine Mission hergekriegt. So, wenn man mich generell zu irgendwas zwingt, sage ich erst mal Nein. Deswegen generelle Antwort erst mal Nein. Jetzt lese ich mir durch, was du zu sagen hast. Wie soll Fortschritt kommen, wenn wir ihn nicht vorantreiben? Nie nachlassen, Genosse. Bringen Sie den Fortschritt in Bewegung, indem Sie dieses Dokument unterschreiben. Geben Sie den Erlass sozialer Absicherung heraus. Belohnung 15% bei den Kommunisten. Würde ich doch spontan mal sagen Nein, weil das bedeutet, dass wir mehr Geld ausgeben. Der soziale Erlass... Ey, wo war der jetzt nochmal? Ich habe ja wieder keine Ahnung. War das hier bei der Wirtschaft? Ne. Allgemein. Soziale Absicherung. Zahlt zwei Drittel des Durchschnittsgehalts an Studenten und Rentner. Ich bin auch der Meinung, dass man als alter Mensch noch eine kleine Arbeit haben kann. Ich weiß ja nicht. Hier zum Beispiel in der Eisenmine, da kann da zum Beispiel der alte Opa Fritz, da kann er ruhig noch ein bisschen arbeiten da drin. Die paar Stunden am Tag wird er schon noch frei haben. Ich meine, die haben noch genug Freizeit, oder? Genauso wie die Studenten. Faules Park. So. Da habe ich das gesagt. Deswegen gibt es das hier erst mal auf unserer Insel. Überhaupt nicht. Das habe ich hier. Ah, das könnte ich noch gebrauchen. Noch so eine Eisenmine. Und wir haben auch endlich wieder einen Menschen dazu bekommen. Das ist schon mal gut. Das wird zusammenkommen. Das wird schon irgendwie funktionieren. Keine Sorge. Das kriegen wir irgendwie alles auf die Reihe. Was willst du? Ich bin mit Regieren beschäftigt. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Ich wollte nur abbrechen, was du gerade tust. Und dann können wir jetzt hier noch so ein bisschen weiter bauen. Und was wir mal machen können, ist, so ein paar praktische Sachen zu bauen. Das heißt, Frismus wäre eigentlich ganz gut. Wir könnten mal noch ein Hotel brauchen. Was kostet das denn? Ist das kostenlos? What the fuck? Wieso ist das Hotel kostenlos? Habe ich irgendwas übersehen? Wenn das kostenlos ist, dann bauen wir das ganz schnell aber auf. Das muss irgendeinen Grund haben, den ich jetzt übersehen habe. Ich glaube nämlich nicht, dass Hotels sonst kostenlos sind. Nee. Da habe ich irgendwas übersehen, was mir bestimmt gesagt wurde. Hier, für ihren Tourismus auf der Insel schenken wir ihnen ein Hotel. Liebe Grüße, Angela Merkel. Oder irgendwie sowas. So, dann lassen wir bauen. Mehr Touristen, mehr Geld. Allerdings haben wir noch keine Touristenattraktionen und nichts. Ich glaube nicht, dass die Leute sehr, sehr zufrieden hier sind. Wir haben aber kein Geld. Was tut man, wenn man kein Geld hat? Nix. Umsitzen und sich selbst leid tun. Auf jeden Fall ist die Oberschule jetzt fertig. Das freut mich, weil die Kirche immer noch nicht fertig ist. Das wird auch Ewigkeiten dauern, wenn wir hier eine Arbeit drin nur haben. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Jetzt muss ich doch echt mal überlegen, was ich da tun kann. Ob ich noch so ein Baubüro baue? Wir haben keine Leute. Das ist das eigentliche Problem. So, was wir jetzt mal machen werden, ist, wir werden ein paar Ausländer ans Land holen. Und zwar... Das scheint ja eigentlich ganz gut zu funktionieren. Damit die aber nicht zum Beispiel hier Platz wegnehmen. Kostet das was? Habe ich gar nicht geguckt. Moment, ich muss gucken, ob das was kostet. 500. Nee, dann ist das erstmal nicht nötig. Ah, jetzt habe ich gesagt, ich kann ein paar Leute aus dem Ausland holen, aber ich habe vergessen, dass das auch Geld kostet. Verdammtags. Verdammtags, das ist nicht so schön. Dann müssen wir noch ein bisschen mit der Groovy-Musik mitdancen. Das könnte ich mir den ganzen Tag anhören. Das ist großartig. Oh. Liebe und Frieden, Präsidente. Peace. Diese Blumen sind für Sie. Danke. Und bitte hören Sie mich an. Schluss mit dem Graben und dem Fell in der Bäume. Sie hätten mehr Ansehen bei den Umweltschützern, wenn sie im Einklang mit der Natur leben und wie wir weder Minen noch Holzwirtschaft tolerieren würden. Weißt du was, meine Gute? Das ist momentan das Einzige, das dir das Essen auf den Tisch stellt. Das ist das Einzige, das uns gerade Geld bringt. Die Minen. So, ich werde ja den Teufel tun. Und da irgendwas abreißen oder aufhören zu bauen. Sondern das ist genau der Grund, weswegen wir gerade überleben. Finanzspritzen unter anderem auch. So. Wir haben keine Einwohner. Das ist ein bisschen nervig gerade. Ich gebe mir jetzt ein bisschen Geld aus, um Leute aus dem Ausland zu holen. Danke. Boing, boing. Wir holen uns auch mal einen Pastor. Einen Zahnpastor. Dann haben wir auf jeden Fall die Stellen da besetzt. Und da müssen wir jetzt was für die Touristen tun. Wir müssen Touristen ins Land holen. Und dafür gibt es doch Tourismus. Und Attraktionen. Jetzt können wir nämlich auch ein bisschen was bauen. Souvenirladen, Cocktailbar, Besucherzentrum, ethnische Enklave und eine Ballonfahrt. Was können wir denn da machen? Irgendwas, was richtig schön Geld bringt. Verkauft Waren zweifelhafter Natur an Touristen. Besuchertyp, Billigtouristen, Partytyp, Touristen. Okay, Ökotouristen. Sowas brauchen wir nicht. Tropicana-Partytyp-Touristen für die Cocktailbar. Strandanlage ist ungefähr für alle. Das ist nicht schlecht. Eine Strandanlage mitten hier auf der Wiese quasi. Dieses Gebäude muss am Strand errichtet werden. Entschuldigung. Ich habe nicht aufgepasst. Das ist mir aber zu weit weg. Ach, verdammt. Das wäre ganz praktisch gewesen, weil das für viele Leute interessant ist. Und nicht nur für eine gewisse Zielgruppe, sondern für eine sehr große. Das hier ist vielleicht noch ganz gut, weil das auch für Tropicana gut ist. Machen wir doch mal so. Machen wir das mal. Das bauen wir hier so hin. Zack. Geld ausgegeben ist auch immer gut. Bringt Arbeitsplätze und macht die Leute hoffentlich glücklich. So, jetzt gucken wir mal. Ich baue mal noch so ein Baubüro, oder? Klar. Kann man nie genug davon haben. Zack. Umso mehr Leute wir nämlich haben, die mit der Bauindustrie beschäftigt sind, umso schneller können wir hoffentlich auch mehrere Gebäude errichten. Es regnet. Oh nein. Naja, gut. Auf jeden Fall machen wir an der Stelle dann Schluss mit Episode 3. Mit dem schönen sonnigen Wetter auf der Insel fahrt schiede ich mich dann bei euch. Das war, wie gesagt, die Episode für Sascha 8a. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.